Diese ganzen Frösche und Fliegen haben mich halbwegs geärgert. Die Frösche waren so laut, dass ich selber fast nichts verstanden habe. Und die Fliegen, also in dem Fall die Moskitos, die haben recht viel gestoppt. Deswegen habe ich nochmal Frogs and Flies getauft. Viel Spaß damit. Die Frösche 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 Die Frösche